Heute bin ich zu Gast, Dr. Huhn. Dr. Huhn ist ein bekannter Buchautor, ist Coach, macht spannende Workshops und ich habe ihn kennengelernt über Studenten und Studentinnen, die sagten, Wahnsinn, das ist mal was an der Universität, wo es richtig spannend ist, wo man was lernt und ja, das war so der Ausgangspunkt und dann, je länger ich zuhörte, desto mehr merkte ich, das ist etwas, was wir hier fundamental brauchen, seine Kenntnis hier fürs Labor und ich will es mal so beschreiben, wir haben wenig Personal und viele Menschen, die gründen könnten, wenn sie denn dieses Konzept kreative Gründen betreiben würden und nicht zu schnell in die BWL gejagt werden oder zu schnell ihnen gesagt wird, du brauchst riesige Mengen Kapital. Also die Chance liegt in dem Konzept kreativen Gründen. So, was ist die Frage für uns beide? Die Frage ist, wie können wir das umfangreiche Material, das wir hier haben, an Interviews, an Texten, an Lehrmaterialien, an was sonst alles Bücher zu bieten haben und die Menschen, die hier sind mit ihren Erfahrungen, wie kann man das so nutzen, dass jemand selber, jeder für sich selber in seiner eigenen, ihm gemäßen Art das nutzen kann. Was die Amerikaner sagen, Self-Directed Learning, also Student-Directed Learning. Jeder Mensch selber muss gucken, wie er sich seinen Lernprozess zusammenstellt. Ja, damit sind wir mitten im Thema. Erste Frage, was muss man machen, wenn man Self-Directed Learning betreiben will? Wenn man selber diese Fülle an Material für sich, seiner Person gemäß strukturieren und für sich nutzbar machen will? Eine ganz einfache Antwort. Was das ganz kleine Kind hat, die frühkindliche Neugier wiederbeleben. Und wenn ich an das anschließen darf, was Sie zum Schluss des letzten Gesprächs gesagt haben, das ist die Idee. Aber dann die Entwicklung dieser Idee und das Refining und Defining und das Ausarbeiten, das ist dann schon wieder etwas Kunstvolleres, Schwierigeres. Das Problem ist, denke ich, dass die Neugier, die der Mensch in sich trägt, so ab dem siebten, achten Lebensjahr durch die Art und Weise, wie Schulunterricht gemacht wird, blockiert, zerstört und vernichtet wird. Und das ist dann bei manchen Menschen auch durch ein Schulsystem nicht zu zerstören. Die erhalten sich diese Neugier. Und die haben dann auch das, was wir Unternehmergeist nennen. Die sind einfach vom Grund auf neugierig. Und viele andere sind nur noch neugierig, um Credits zu bekommen oder um einen Schein zu machen oder ein Examen zu machen. Also eine sehr begrenzte, definierte Neugier, auch zeitlich sehr begrenzt. Und die eignet sich nicht dazu, wirklich zu lernen. Bleiben wir mal bei der Neugier. Ich bin ja nicht Pädagoge, ich bin von Haus aus Ökonom. Ich habe nie verstanden, dass Kinder, die ja ihren Eltern Löcher in den Bauch fragen, dann plötzlich in eine Institution kommen, die heißt Schule, und die behauptet, mit Pädagogik zu tun zu haben. Und die hat hoch ausgebildete, teure Experten für Motivation. Und ausgerechnet zum gleichen Zeitpunkt, wo diese Kinder mit diesem unglaublich lebendigen Maß an Neugier in diese Institution der hochbezahlten, ausgebildeten Pädagogen kommen, ausgerechnet da hört die Neugier auf. Ist das, ist doch etwas merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Das hört ja auch nicht schlagartig auf. Das ist ein Prozess. Und hängt damit zusammen, dass ein grundsätzliches Missverständnis über die Funktion des Gehirns in der Pädagogik gelandet ist. Da hat man ja sehr viel immer noch das Verständnis, dass das Gehirn so eine Art Speicherorgan ist. Und dass es darauf ankommt, so geschickt wie möglich Wissen in dieses Speicherorgan reinzubekommen. Und an der Stelle darf ich dann vielleicht doch mal universitär werden. Der Peter Sloterdijk hatte einen großartigen Satz mal gesagt, als die ganze Internet- und Multimedia-Geschichte begann, so, ich glaube, 1994 war das auf den Münchner Medientagen, da hat er gewarnt, dass man mit den tollen Möglichkeiten, die es jetzt geben wird, den gleichen Fehler macht, den die erkömmliche Pädagogik macht. Und er hat ja gesagt, das Gehirn ist zwar auch ein Speicherorgan, aber in erster Linie ist das Gehirn ein Organismus zur Abwehr unwillkommener Neuerfahrung. Das ist sehr philosophisch. Das Gehirn ist ein Organ zur Abwehr unwillkommener Neuerfahrung. Das heißt letztlich, das Gehirn ist nicht konstruiert, möglichst viel aufzunehmen, sondern ist konstruiert, möglichst viel draußen zu lassen. Und nur das reinzulassen, was willkommen ist. Und das ist diese kindliche Neugier. Das Kind weiß in jedem Moment, ich bin jetzt darauf neugierig, will das ausprobieren, will das wissen. Und wenn es in die Schule kommt, dann gibt es einen Lehrplan. Und der Lehrplan sagt, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Kopf reingebracht werden soll. Und dagegen wehrt sich das Gehirn. Wenn es gerade nicht neugierig ist, drei und zwei zusammen zu zählen, dann sagt das Gehirn, das ist eine unwillkommene Neuerfahrung, gefährlich, draußen lassen. Und der Lehrer muss sich jetzt immer bemühen, diese Information trotzdem reinzukriegen, weil am Schluss des Jahres müssen ja Noten verteilt werden. Und diese sehr frustrierende Tätigkeit macht natürlich nicht nur bei den Schülern große Schäden, sondern auch bei den Lehrern. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Arzt in einer Klinik am Bodensee. Dort werden ausschließlich Burnout-Patienten behandelt. Und ich kann mich mit ihm über alle möglichen Dinge immer unterhalten, aber nicht über seine Patienten. Irgendwie nach zwei Jahren habe ich ihn mal gefragt, was sind das eigentlich für Leute? Weil ich dachte, das sind so mittlere Manager, die so zwischen den Mühlsteinen geraten. Und ich habe gesagt, 70 Prozent der Patienten, und nicht nur in seiner Klinik, sind Lehrer. Und Lehrer gehören zu der Berufsgruppe, die den höchsten Anteil an Frühverrentung haben. Wenn man also 30 Jahre lang versucht, gegen die Wirkungsweisen des Gehirns anzuarbeiten, die die Evolution sehr weise im Laufe von 100.000 von Jahren entwickelt hat, dann bleibt irgendwas bei einem stecken. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Und bei den Kindern heißt das, irgendwann geht die Neugier bei den meisten Kindern kaputt. Und ein paar schaffen es, das auszuhalten. Und wenn ich, also ich mache ja nun viele Seminare mit Menschen in mittleren Lebensjahren, die denken dann, das Gehirn wird immer schlechter, weil sie sich diesem ganzen Prozess nicht gegenüber wehren. Und man kann dann aber diese frühkindliche Neugier wieder wecken. Das ist das Tröstliche und Schöne daran, weil das Gehirn ist so ein stabiles und plastisches Organ, das lässt sich nicht so schnell ganz kaputt kriegen. Was heißt das für uns? Wir sind also durch die Schule gegangen, da mehr oder weniger ist uns unsere Neugier, unsere Flausen, unser Eigensinn ausgetrieben worden. Und jetzt kommen die Politiker und reden von Unternehmensgeist und beklagen sich, dass wir die Neugier und die Risikobereitschaft, die man als Kind hat, die Seifenkiste, und wenn man dann das erste Mal den Berg runterfährt, merkt man, dass man die Bremsen vergessen hat. Das ist uns dann irgendwann ausgetrieben. Jetzt, wie kommen wir wieder zum Self-Directed Learning? Ja, wenn wir uns das Wort Neugier mal genauer angucken, ist ja ein sehr eigenartiges Wort. Das heißt ja nicht Neuappetit, das heißt auch nicht Neuhunger, das heißt Neugier. Das heißt eine ganz starke Kraft. Wenn man das jetzt genauer erklären würde, kann man darstellen, dass dieser Hunger nach Abwechslung, den wir haben auch beim Essen, beim Trinken, beim Wandern durch die Landschaft, beim Kennenlernen neuen Menschen, wo wir unsere Sinnesorgane feststellen, dass sie neugierig sind, dass sie auf Abwechslung hungrig sind, genauso ist unser Gehirn hungrig auf Abwechslung. Und das ist unmittelbar mit unserem Überlebenssystem verbunden. Das sind Prozesse zwischen dem limbischen System und Großhirn und dem vegetativen Nervensystem, also dem automatischen Nervensystem, das für Herzschlag, Atmung, Kreislauf, Verdauung usw. zuständig ist. Das braucht ständig Triggerimpulse und die bekommt es aus dem limbischen System. Und das limbische System hat gewissermaßen so einen archaischen Befehl, Mensch, stimuliere mich. Wir brauchen also ständig Reize. Und die können wir uns natürlich durch Essen und Trinken und Fernsehkuchen holen, aber die können wir uns auch durch geistige Tätigkeit oder das Ausprobieren oder durch das Lernen holen. Und diese zweite Schiene, wo wir also das limbische System anträgern durch Tätigkeiten des Großhirns, das ist eigentlich die Schiene, auf die wir hinsteuern sollten. Und dieses neugierig machen des Großhirns auf neue Nahrung, auf neues Futter, das kann man erreichen, indem man eine Grunderfahrung des Menschen, nämlich Spaß zu haben, damit verbindet. Wir haben eben auch durch die Schule, die meisten jedenfalls, die Grunderfahrung, Lernen macht keinen Spaß. In der Universität machen nur bestimmte Dinge, die man sich aussucht. Und viele andere muss man lernen, damit man seinen Examen bekommt. Und ich denke, worauf wir hinaussteuern sollten, ist, dass das, was es hier zu lernen gibt, was ja irrsinnig aufregend und abenteuerlich ist, das klingt ja hier auch immer an bei den Menschen, mit denen Sie sprechen, dass diese innerliche Aufregung und Begeisterung, das Wort Begeisterung ist ja etliche Male gefallen, schon heute Abend, dass das geweckt wird, dass man einen irrsinnigen Spaß haben kann, Risiken einzugehen, daran zu arbeiten, die Risiken zu bewältigen, die Herausforderungen zu bewältigen, was viele Lernprozesse beinhaltet. Ja, das geht eben nicht in drei Wochen oder drei Monaten, eine Idee auf den Markt umzusetzen. Das sind gigantische, komplexe Prozesse, die da ablaufen. Man muss neue Menschen kennenlernen, muss sich auseinandersetzen mit Widerständen, Fehlschlägen, man muss das, was man ursprünglich sich mal hat einfallen lassen, verändern, muss also auch den Mut haben, das, was man irgendwie ursprünglich mal für richtig gehalten hat, wieder in Frage zu stellen, zu verbessern. Das sind sehr komplexe Prozesse und die brauchen einen gewissen inneren Schwung. Den kann man aber herstellen über den Spaß, den man an dem ganzen Prozess hat. Und ich glaube, das ist schon ein gemeinsamer Nenner der Gründer, die sich dann auch durchsetzen. Neben aller Ideenkraft, die sie haben und Ausdauer, haben sie auch einen irrsinnigen Spaß an der ganzen Sache. Sagen Sie, Lernen ist ja in der Regel so aufgebaut, dass man schöne kleine Lernschritte hat, die einen nicht überfordern und die sozusagen eine Lernsequenz darstellen sollen, die sich Pädagogen, Curriculumplaner ausgedacht haben, damit wir das auch schön in kleinen Stücken aufnehmen können. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist falsch, dass man das so macht, diese Lernsequenzen so aufbaut. Das kann man nicht von außen feststellen, weil von außen ja keiner weiß, auf was jemand gerade im Moment neugierig ist. Wenn ich einen Businessplan gemacht habe, die Idee beschrieben habe und feststelle, ich muss jetzt eine Excel-Tabelle entwerfen, sonst glauben mir die Investoren nicht, wofür ich das Geld auswende. Dann muss ich lernen, wie ist eine Excel-Tabelle aufzustellen. Oder ich muss jemanden kennenlernen. Das heißt, ich werde aus dem Prozess heraus aufgefordert, etwas zu lernen und dann lerne ich das auch. Oder ich finde jemanden, der mir das beibringt oder der es kann. Aber wenn mir jemand sagt, bevor du einen Businessplan schreibst, musst du erst Excel können oder alles mögliche andere, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann sage ich, oh Excel ist zu schwer. Also dann vergesse ich lieber meine Idee. Ja, sagen Sie Neugier als Gier nach Neuem. Ist das bei jedem Menschen anders oder kann man sagen, die kann man schon sortieren, es gibt Lerntypen und dann packe ich die Lerntypen zusammen und stecke die in so eine Lernsequenz? Es gibt, das hat die Forschung gezeigt, unterschiedliche Präferenzen. Also manche Menschen können Dinge besser behalten und lernen, indem sie sie sehen, andere können sie angreifen. Wieder andere können besser über die auditiven Kanäle, also über die Ohren lernen. Aber das sind sekundäre Fragestellungen. Zunächst mal, denke ich, muss immer die Frage nach dem Sinn beantwortet sein für einen Menschen. Ein Mensch muss wissen, warum er etwas lernen will. Und das kann er nur ganz bei sich selbst finden und das kann ihm nicht von außen wirklich vermittelt werden. Und andererseits ist es so, dass manche Menschen, auch wenn sie da bei sich selbst gucken, noch nichts finden. Da ist diese innere Klarheit über das, was wirklich wichtig für sie ist, hat sich noch nicht entwickelt. Das ist manchmal ein Prozess, der auch eine gewisse Lebenszeit braucht. Und da können natürlich Anregungen, die gegeben werden durch Beispiele, durch Vorbilder, durch Gespräche, die können in einem Menschen eine Resonanz auslösen, dass er sagt, aha, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber das spricht mich an. Insofern, denke ich, kommt es darauf an, eine gewisse Vielzahl von unterschiedlichen Beispielen deutlich werden zu lassen, sodass der Teilnehmer eines solchen Programms für sich feststellen kann, hier passiert was in mir, emotional, und hier passiert nicht so viel oder gar nichts. Also heißt das doch, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Absolut. Da sind wir bei Self-Directive Learning. Absolut. Und es gibt ja alternative Schulmodelle, demokratische Schulen, Separate-Schulen, die ganz nach diesem Prinzip arbeiten, die enorme Probleme organisatorischer Art haben, die sind alle eben auch noch nicht ausgereift, aber dort lernen die Kinder tatsächlich in ihrem Rhythmus und die lernen. Die einen lernen eben schreiben erst, die anderen erst rechnen, manche gleichzeitig, das ist ganz unterschiedlich. Die meisten lernen dort von den etwas älteren Schülern, die sich untereinander gegenseitig was freuen können. Also jetzt versuchen wir mal dann zu überlegen, wie könnte man Self-Directive Learning organisieren, wir hier, die wir etwas anbieten, wie ein Labor, und die Teilnehmer, die ja für sich diese vielen Materialien und Möglichkeiten, die es da gibt, nutzen sollen. In meiner Erfahrung war es so, ich habe mich für Tee nie interessiert. Irgendwann bin ich darauf gestoßen, da hat man eine Chance, weil das alles so langweilig organisiert ist, da hat man eine Chance, was Neues zu machen, ich hatte von Tee keine Ahnung, irgendwann fing ich an, Tee wahrzunehmen, und dann hatte ich so etwas, ich nenne das den Tee-Blick. Überall, wo irgendwas mit Tee war, habe ich das aufgenommen. Und so ganz allmählich bekam ich ein Know-how, ich habe nie irgendwo systematisch was über Tee gelernt, weder in der Volkshochschule noch in dem Buch oder so, ich habe so von allen Ecken aufgeschnappt, und das geht. Und wenn ich heute unseren ersten Referenten da betrachte, der hat mit Licht, das war sein eigener Weg, er hat von niemandem das gelernt. Ja, kann man sagen, wie, aber ist da so, dass man, also ich war dann auf der Schiene Tee und von da ab klappte das. Also wäre die Antwort, wenn ich mich als Beispiel nehme, man muss auf so eine Schiene kommen, man muss eine Schiene finden, in der es einem Spaß macht, Interesse macht, wahrzunehmen, aufzunehmen. Sie brauchen ein Thema, was Sie in irgendeiner Weise neugierig machen, was Sie anspringt, anspricht. Das muss nicht stark sein und daraus muss sich dann eine Anziehungskraft entwickeln. Im System theoretisch spricht man dann vom Attraktor. Und das ist das, was Lothar Dijk meinte. Wir brauchen gewisse Magneten in uns, die ziehen dann die Informationen automatisch rein. Da brauchen wir uns auch nicht anstrengen, das zu lernen. Sie haben sich da ja nicht groß bei angestrengt. Und das Installieren solcher Attraktor, das ist eigentlich die Aufgabe, die in der Pädagogik passieren sollte. Weil die Kinder, wenn sie ganz jung sind, haben ja nur relativ wenig Attraktoren und sammeln Attraktoren beliebig ein. Ich erzähle in meinen Seminaren gerne das Beispiel von meinem Neffen, der als er kurz bevor er in die Schule kam, war gerade sechs Jahre alt geworden, plötzlich umfiel. Also im Kindergarten fiel er um, dann fiel er auf der Straße um und zu Hause auch. Und mein Bruder ist Arzt und er hat das dann mitgekriegen, sofort ins Klinikum gebracht und dann hat man ihm einen Hühnerei großen Tumor hinterm Kleinjern entfernt. War dann alles harmlos, war also keine bösartige Geschichte und er war auch dann recht rasch wieder gesund. Und ich kam dann sofort aus dem Krankenhaus in Lassenwaren nach München geflogen und hab dann gesagt, Leander, war das schlimm? Wie war es denn so im Krankenhaus mit etwas Ängste? Und er sagte, alle fragen mich, ob das schlimm war. Das war richtig geil. Das war viel geiler als Kindergarten. Der hätte die ganze Dramatik gar nicht mitgekriegt. Und dann sagt er, und weißt du was, Onkel Gerd, mein Bruder stand in Hörnähen und wurde ganz leise, ich werde jetzt nicht mehr so ein Arzt wie mein Papa. Und der rannte immer schon mit so einem weißen Kirt und einem Arztköpferchen rum. Ich sagte, wieso nicht? Ich werde jetzt Chirurg. Viel geiler. Da in solchen Momenten setzen sich so Attraktoren. Und dann fängt man an, seinen Teddybär auseinanderzuschneiden und was weiß ich was. Und 30 Jahre später stellt, weil ja viele Menschen, überechtlich mal einen Arm oder einen Fuß, kommen ins Krankenhaus in dem Alter. Das ist die Zielgruppe von RTL und Sat.1 für Dr. Brückner und Frauenarzt Dr. Frank und das sind 4,5 Millionen Einschaltquoten mindestens, weil diese Menschen immer noch ganz wichtige Informationen kriegen, wie es dem Krankenhaus zugeht. Die sind längst Steuerberater geworden oder Steuerdesk oder sonst was, aber die holen sich dann immer noch diese wichtigen Informationen rein. Und jeder, der mal einen kraftvollen Feuerwehreinsatz erlebt hat, oder Polizei, muss natürlich auch noch die Feuerwehrfilme und die Polizeifilme sehen. Und dann kann man sich ganz schön seine Eingangskanäle verstopfen. Und dieses Schaffen von Attraktoren, so wie Sie das von Ihrem Tee beschreiben können, ich habe ja eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Vor zwei Jahren war ich ja schon mal hier mit einer Produktidee. Da hatte ich als Berater, als Coach eine junge Dame beraten, die aus New York, sie war dort Managerin eines Gourmet-Restaurants, war wieder nach Berlin zurückgekommen. An sich ursprünglich kam sie aus Riga. Und sie wollte also eine Idee entwickeln, wie sie in Europa überleben kann, weil sie kein Wieso mehr hatte für Amerika. Und sie wollte aber auch unter Palmen leben. Und dann haben wir also, und sprach aber nur Englisch und Russisch und Lettisch, und das ist dann mit Palmen nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt nur noch Internet übrig. Und dann haben wir so drei Wochen lang gehirnt. Und dann kam die Idee raus, Wein und Schokolade über das Internet zu verkaufen. Und die nächste Idee war, dann war das schon so eine Umsetzungsidee, das ausschließlich in China zu machen. So, und dann hatte ich auf einmal, ich hatte von Rotweinkopfschmerzen bekommen und von Schokoladekopfschmerzen bekommen, aber von der Kombination bekam ich keine Kopfschmerzen mehr. Und von da an habe ich den Wein- und Schokoladenblick entwickelt. Und ich weiß heute, dass in Kakaobohnen 15 Mal mehr Antioxidantien drin sind als in Brokkoli. Ich weiß, dass in China 0,3 Liter pro Kopf pro Jahr Rotwein getrunken wird und dass nur 5 Prozent des getrunkenen Rotweins in China importiert wird. Und dass ein Rotweinklub in Shanghai, als er eröffnet wurde, an dem ersten Abend Eintrittskarten für 183 Dollar verkauft hat, die innerhalb von einer Stunde verkauft war, das hätte mich vor vier Jahren nicht die Bohne in irgendeiner Weise interessiert. Aber ich könnte Ihnen jetzt vier Stunden lang was über dieses Geschäft erzählen, über die verschiedenen Weinsäulen. Ich weiß ganz genau, wo die Trauben wachsen müssen, die sich eignen, dass man sie mit Schokolade zusammen... Wir haben über 200 verschiedene Rotweine ausprobiert, über 50 verschiedene Schokoladen kreuzweise getestet. Und es sind fünf dabei rausgekommen, wo es wirklich passt. Ja, da entwickelt sich sowas dann auf einmal. Aber an der Idee bin ich auch immer noch dran. Die junge Dame ist leider krank geworden und konnte das dann nicht weiterführen. Dann hatte ich einen Geschäftspartner, dessen Freundin schwanger wurde. Also das ist manchmal dann eben nicht so einfach. Eine tolle Idee, die auch immer weiterentwickelt wird, dann umzusetzen. Brauchen wir manchmal auch ein bisschen Geduld. Und zwischendurch machen wir halt weiter Seminare und Coachings. Und Leute neugierig. Wenn ich so mal jetzt so Zwischenbilanz ziehe, heißt das, man muss diesen Attraktor finden. Kann man das gezielt angehen? Ich kenne ja viele Leute, die sagen, ich habe so ein paar Ideen, aber so richtig komme ich an keiner weiter. Was würden Sie da empfehlen? Wie finde ich meine richtige Schiene? Also ich denke, dass das ein sehr ruhiger Prozess ist, wo man bei sich selbst mal gucken muss, was ist mir wirklich wichtig, persönlich. Ist es zum Beispiel die Schönheit, Steve Jobs, oder ist es der Wettbewerb, Bill Gates, um einfach mal diese beiden Kontrahenten zu benennen. Bill Gates hat nicht den geringsten Sinn, wenn ich mir das erlauben darf, zu sagen, für Ästhetik, den wiederum Steve Jobs hat. Wurde ja vorhin auch gesagt, der ist ja eher eine Designfabrik. Gut, die machen wirklich Hightech, aber die haben immer darauf geachtet, gutes Design zu machen. Und wenn man so ein Interesse hat an Schönheit, dann kann man das auf den unterschiedlichsten Kanälen umsetzen. Wenn man ein Interesse hat an Wettbewerb, also alle anderen klach und klein zu machen, egal ob die dabei lebendig oder tot auf der Strecke bleiben, dann muss man sich einen Wettbewerbsmarkt aussuchen und mit den großen Giganten bereit sein, in den Ring zu steigen. Ich denke, das sind so insgesamt 12, 15 Grundwerte, die sich eignen, im Geschäftsleben einem die innere Kraft zu geben, die Energie zu liefern, Dinge zu realisieren und durchzusetzen. Da sollte man hingucken. Nicht, ob es jetzt eine neue Kaffeefilterart ist oder eine neue Art von elektrischer Leitung oder sonst etwas, sondern wirklich gucken, was mache ich, was habe ich früher gemacht, ohne dass ich richtig müde dabei wurde. Was kann ich bis morgens um vier machen? Was fällt mir, wenn ich eine Zeitschrift sehe, ein Magazin sehe, was fällt mir als erstes auf? Worüber kann ich mit anderen Menschen sprechen, ohne dass ich müde werde? Die anderen werden vielleicht müde, aber ich kann weiter darüber reden. Nach solchen Dingen gucken, also gucken, letztlich ist das wunderbar beschrieben, in dem Buch von Castaneda, wo er mit seinem indianischen Meister alles mögliche Zeugs ausprobiert. Irgendwann probiert er auch das Teufelsgrad aus, irgendeine berauschende Droge stirbt fast. Und dann sagt er, kann man was tun, um diese Schmerzen zu vermeiden? Und da hat ihm der Don Juan, sein Ratgeber, den Rat gegeben, das kann man, aber du musst dir eine Frage stellen. Normalerweise stellen sich die nur älteren Männer, die also eine Erfahrung haben, aber die kannst du dir auch schon als junger Mann stellen. Ist dies ein Weg mit Herz? Wenn es ein Weg mit Herz ist, dann geh ihn. Und wenn du feststellst, es ist nicht der Weg mit Herz, dann hör auch sofort auf. Und jetzt kommt das Entscheidende, oft wird nur das zitiert. Wenn man sich diese Frage stellt, muss man frei sein, so hat Don Juan gesagt, von Furcht und Ehrgeiz. Und diese beiden Faktoren sind in meinen Augen das Entscheidende. Der Ehrgeiz wird getrieben durch die von außen kommenden gesellschaftlichen Beurteilungen meiner Person. Und wenn ich mich danach richte, kann ich nicht wirklich Unternehmer sein. Ich muss als Unternehmer aus mir selbst heraus wachsen, unabhängig davon, was andere von mir denken oder über mich denken. Und ich muss frei sein von Furcht. Das heißt, ich darf nicht getrieben sein von der Vermeidung des Misserfolgs, sondern ich muss getrieben sein vom Anstreben des Erfolgs. Ich muss meine Ängste kennen, sonst werde ich unvorsichtig. Aber ich darf nicht getrieben sein bei der Antwort von meinen Ängsten. Das wurde auch schon mehrfach heute Abend gesagt. Angst spielt eine ganz große Rolle. Und wenn wir uns die Kultur in unserem Land angucken, ist sie in mittleren und großen Unternehmen in einem enormen Umfang Angst geprägt. Man schickt seine E-Mails an alle, die irgendwann mal was sagen könnten, damit man abgesichert ist. Man macht sich seine geheimen Vermerke, man macht offizielle Vermerke, man geht in keine Sitzung rein ohne Angst und kommt aus keiner Sitzung ohne größere Angst wieder raus. Und das ist das größte Hindernis vom Self-Directed-Lernen, das größte Hindernis vom Unternehmertum, ist die Angst. Wir haben eine unwahrscheinliche Angst, ich weiß nicht wovor, möglicherweise geschichtlich geprägt durch die großen Einbrüche, die wir hatten. In unserem Land, da ist sehr viel Angst und Unruhe entstanden, das kann man vielleicht daher erklären. Aber ich denke, es ist eine ganz wichtige Aufgabe zu lernen, mutiger zu sein. Da kommen wir zum nächsten Thema, im Anschluss an dieses, wie kann ich selber mein Lernen organisieren, sodass es effizient ist, aber Spaß macht. Flow, Stichwort Flow. So international, der Name Csikszent Michael, Sie kennen ihn persönlich, haben mit ihm gearbeitet. Man denkt ja, Flow, also dieses entspannte, spaßvolle, effiziente Arbeiten, das gar nicht mehr als Arbeit erlebt wird, sondern als Genuss, das ist ein Ausnahmezustand, den nur ganz wenig erreichen, vielleicht manche Künstler. Und Csikszent Michael und Sie sagen, nein, Flow ist etwas, was man systematisch für sich erzielen kann. Ja, das sagen wir, aber wenn wir das so sagen, steckt da die Gefahr eines großen Missverständnisses drin, nämlich, dass Flow etwas ist, das man, indem man A, B, C, D tut, erreichen kann. Und das ist ein Missverständnis. Flow versteht man richtig und Flow ist das Gefühl, dass man eins ist mit sich und seinem Tun und der Welt, dass alles stimmt. Und Flow ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Rückkopplungssystem, das in jedem Menschen steckt, dass es jedem Menschen sagt, das, was du gerade tust, ist genau richtig oder das, was du tust, stimmt nicht. Also sozusagen die andere Seite vom Weg mit Herz gehen, das ist erklärter, erklärbarer. Und Csikszent Michael hat herausgefunden, was Menschen, die häufig dieses Stimmigkeitsgefühl haben, was die tun. Und aus diesen Merkmalen, die er bei Bergsteigern, Schachspielern, Chirurgen und Tänzern herauskristallisiert hat, hat er dann so acht bis zehn Elemente herausgefunden, die bei denen, obwohl sie völlig verschiedene Sachen machen, immer wieder übereinstimmend zu beobachten waren. Und dann hat er seine Untersuchung auf die allgemeine Bevölkerung ausgedehnt. Daher kann er auch diese Aussage treffen. Daraus gab es noch kein Internet und keine Handys. Da gab es aber Pager. Da hat er die Menschen mit so Piepgeräten ausgestattet und konnte von seinem Untersuchungslabor in Chicago, an der Universität, acht bis zehnmal am Tag einen Piepston auslösen. Und die Versuchspersonen haben da in ein kleines Heft reingeschrieben, die Zeit, was sie gerade machten, also die Tätigkeit oder auch wenn sie nichts getan haben, so nichts tun oder Fernsehen, und haben dann geschrieben, das Gefühl. Zehntausende von Daten hat er dann herausgefunden, wenn sie sich richtig gut fühlen, haben sie nicht faul am Strand gelegen, haben nicht Fernsehen geguckt, sondern sie haben aktiv etwas getan oder haben bewusst Musik genossen. Also Flow ist nicht unbedingt abhängig von einer Aktivität, sondern es entsteht, wenn wir unsere Komplexität erhöhen. Das heißt, wenn wir etwas hinzugewinnen an Verständnis, an Inhalten, an Fähigkeiten, wenn wir also von unserem System selbst Rückklopplung bekommen, du bist jetzt ein Stück gewachsen, du hast eine Herausforderung bewältigt. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, Flow-Erfahrungen regelmäßig zu haben, weil wenn man eine bestimmte Erfahrung macht und sagt, oh, jetzt habe ich eine Flow-Erfahrung gemacht, jetzt fühle ich mich richtig gut und wiederholt das dann, dann wachsen ja die Fähigkeiten. Dann wird man ja immer besser in dem, was man tut. Und Flow entsteht in einer Balance zwischen den, wenn Sie sich das mathematisch vorstellen, senkrecht Herausforderungen und waagerechten Fähigkeiten. Und beides muss zusammenpassen. Dann sagt das innere System, jetzt stimmt es. Und wenn wir unsere Fähigkeiten ständig verbessern, indem wir immer dasselbe tun, dann fallen wir aus diesem Flow-Kanal heraus. Wir brauchen also eine größere Herausforderung. Und wenn wir dann wieder die Fähigkeit entwickeln, die Herausforderungen zu bewältigen, dann haben wir die nächste Flow-Erfahrung. Und es geht so weit, das sagt er dann aber auch deutlich, das ist keine Wissenschaft, sondern das ist seine Theorie. Die Evolution hat sich da was ganz Raffiniertes ausgeheckt, uns ständig am Lernen zu halten. Indem wir uns neue Herausforderungen suchen und lernen, wie sie zu bewältigen ist, fühlen wir uns gut. Wenn wir zu große Herausforderungen suchen und nicht mehr lernen, fühlen wir uns schlecht, weil nochmal Stress, Frustration und Angst. Und wenn wir bequem werden und immer dasselbe machen, weil so Fähigkeiten so toll sind und wir alles schaffen und mit links schaffen, wird es langweilig und dann landen wir irgendwo im Feld der Routine, der Apathie. Also wir haben so einen inneren Antrieb an sich, wenn wir darauf hören. Wenn wir richtig glücklich sein wollen, müssen wir uns neue Herausforderungen suchen. Aber gleichzeitig auch bereit sein, die Anstrengung auf uns zu nehmen, zu lernen, was zu lernen ist, um die Herausforderungen zu bewältigen. Und das ist die Idee, die ich in dieses Self-Directed Learning reinbringen möchte, dass sich die Menschen selbst überlegen, was ist die nächste Herausforderung und was muss ich lernen, um dann wieder eine Floherfahrung zu haben. Und die passiert dann automatisch. Das sagt unser Körper durch die Ausschüttung von Dopamin, das sogenannte Belohnungshormon. Jetzt stimmt es, jetzt ist alles richtig und toll. Es kann nicht darum gehen, von morgens um sieben bis irgendwann um 24 Uhr ständig Dopamin auszuschütteln. Das wäre ungesund. Sie wissen, das ist das Gleiche, was der Körper produziert, wenn man Kokain schluckt. Und Sie wissen, das ist ungesund. Also es geht da nicht ums Extrem, aber es geht um eine sehr feine Körperbeinigung, die vielen Menschen verloren gegangen ist. Die spüren gar nicht mehr, was Flo eigentlich ist. Also wenn ich in Seminaren oder im Coaching darüber spreche, muss ich so richtig archäologische Arbeit manchmal machen, um bei den Menschen heranzukommen, was das eigentliche Empfinden von Flo ist. Manchmal ist das der Moment, wo sie ihr Seepferdchen gemacht haben oder ihre Führerscheinprüfung bestanden. Aber man muss manchmal ziemlich weit zurückgehen, um dieses reine, klare Flo-Gefühl zu bekommen. Es ist nicht der pure Erfolg, weil man vielleicht mehr Umsatz gemacht hat oder so. Das ist komplexer. Und Ihre Methode ist, in der Vergangenheit nachzusuchen, wo Elemente oder Phasen von Flo waren, um daraus zu lernen, was genau zu lernen? Das Gespür zu bekommen. Man muss praktisch für sich selbst wissen, was ist meine Art, Flo zu empfinden, Glück zu empfinden. Das ist etwas sehr Individuelles, sehr Persönliches und kann nicht von mir erklärt werden. Es kann nur gefunden werden. Aber jeder Mensch hat Flo-Erfahrung. Es gibt keinen Menschen, der ist bisher jedenfalls nicht gefunden worden, der keine Flo-Erfahrung hat. Es ist ein bisschen geduldiges Forschen. Und das kommt aber immer heraus. Und in der Regel, wenn man im Gespräch dann an diesen Punkt kommt, verändert sich das Gesicht der Menschen. Manchmal werden die Augen feucht. Aber auf jeden Fall verändert sich auch die Stimme. Also man merkt ganz deutlich, jetzt findet das System seine Stimmigkeit gerade in dem Moment wieder. Und wenn dieses Gefühl, dann bin ich auch ganz ruhig, dann gebe ich sehr viel Zeit, dass das wirklich stark empfunden wird, stark erinnert wird. Dann haben Sie eine Messgröße, um jetzt mal technisch zu sprechen, wenn es das nächste Mal wiederkommt, und das ist meine Art Flo zu empfinden. Und das verstärkt sich dann, weil dann entsteht eine große Lust, das ins Leben wirklich regelmäßig reinzuholen. So ist es ja eigentlich gedacht und nicht zweimal im Jahr. Ich hatte immer geglaubt, das gilt nur für Künstler. Dieses Experimentieren, Grenzen überschreiten, die eigenen Fähigkeiten verbessern. Sie sagen, das ist völlig eigentlich unabhängig vom Beruf. Ja, also da gibt es das klassische Beispiel aus seiner Forschung. Eine Mitarbeiterin von ihm hat in Chicago, ist in eine Fließbandfabrik gegangen, weil man glaubte, also Fließbandarbeiter können auf keinen Fall Flo Erfahrung haben, aber man wollte es doch herausfinden. Und dann hat die Mitarbeiterin verschiedene Arbeiter interviewt und die haben auch tatsächlich gesagt, nee, also das am Fließband geht nicht. Aber es gibt, sagte dann einer, einen bisschen verrückten Typ, der lacht immer und hat immer seinen Spaß und der ist irgendwie anders als wir. Wir wissen nicht warum. Alle sollen mal mit dem reden. Der sei irgendwie schräg drauf, aber auf jeden Fall gut drauf. Und dann hat sie diesen Rico interviewt und er wollte erst nicht mit der Sprache raus. Also sie musste ihm erst vergewissern, dass sie das nicht weitererzählt. Weil heute ist er weltbekannt, weil er im Buch steht, aber damals war eben Schweigepflicht. Und dann hat er so ganz, Neon das Vertrauen gewonnen hat, er sagt, ja, die anderen schrauben immer nur die Dinger zusammen. Das kann ich auch, aber ich habe einen Sport raus gemacht. Die Sollzeit für das Zusammenschrauben der Teile beträgt 43 Sekunden. Und ich schaffe das in 29. Aber ich lege dann immer so ein paar Teile zur Seite und abends gebe ich immer genauso viel ab wie die anderen, damit ich wieder kein Spielverderber für die anderen sein und nicht den Akkord irgendwie hier verändern. Aber wenn wir Sonderschichten machen oder wenn die Produktion hochgeführt wird, dann kassiere ich immer die Prämien, weil ich dann am schnellsten sein kann. Der hatte sich also innerhalb einer völlig öden Tätigkeit seinen eigenen Flow-Kanal geschaffen. Und dann hat die Mitarbeiterin gefragt, ja, aber irgendwann ist doch mal Schluss. Also es kann ja nicht immer noch schneller gehen. Da sagt er, ja, also 26 Sekunden will er erreichen. Aber er würde seit einem halben Jahr abends einen Elektroniklehrgang machen. Das war so in den 70er Jahren, als die Firmen nach und nach auf elektronische Steuerung umstellten. Das heißt, das ist ein Mensch, der ganz von sich aus dann gesehen hat, also auf diese Art und Weise werde ich irgendwann die Flow-Erfahrung nicht mehr haben, weil es schneller geht es nicht. Ich muss mir also ein neues Feld suchen. Und dann hat er eben gesagt, okay, dann lerne ich Elektronik und hol mir da dann meine Herausforderung, ohne dass er was vom Flow-Modell oder von diesen Kanälen oder so kannte. Und so wurden nach und nach mehr und mehr Menschen gefunden, die intuitiv das drauf hatten, das sich zu suchen, was die nächste Herausforderung ist. Was passiert? Eine Flow-Erfahrung. Deutschland gegen Portugal wahrscheinlich. Eine Flow-Erfahrung, ja. Sagen Sie, in unserem Gespräch war ein Element drin, das mich fasziniert hat, Beten. Das haben wir unsere Generation eher so abgeschrieben. Sie sagen, Beten ist eigentlich eine Autosuggestion, die sehr wertvoll und sehr effizient ist. Und Sie sagen, Beten sollte man nicht der Kirche überlassen, sondern im Alltag nutzen. Ist diese Autosuggestion etwas, was wir brauchen, um auf Self-Directed Learning und Flow zu kommen? Ich habe diese Erkenntnis aus einem Buch, das seit einigen von Ihnen auch kennen, das uralt ist, auch durchaus umstritten, aus den 30er Jahren von Napoleon Hill. Napoleon Hill hatte in den 30er Jahren in Zusammenarbeit mit Andrew Carnegie, dem Stahlindustriellen, Interviews geführt und biografische Untersuchungen gemacht mit lauter erfolgreichen Menschen. Henry Ford, Rockefeller und wer damals alles so gerade sein Vermögen machte. Zum Teil aus dem Nichts heraus, weil die hatten meistens nicht mal abgeschlossene Schulausbildungen. Und es gab viele sehr weise Menschen und reiche Menschen, die damals gescheitert waren. Und dann hat Napoleon Hill Interviews geführt und hat dann rausgefunden, über zehn Jahre hinweg hat das ganze Projekt genaut, was so die gemeinsamen Faktoren von erfolgreichen Gründern sind. Und hat das in einem Buch dann veröffentlicht. Das habe ich dann irgendwann mal als junger Mann gelesen. Und dann habe ich da gelesen, dass am Anfang so eine Idee halt ganz schwach ist. Also der Teeblick ist schwach, mein Wein und Schokoladeblick war am Anfang schwach. Und dann kommen alle anderen an und sagen, ja, die Chinesen trinken doch kaum Wein und essen überhaupt keine Schokolade. Das kann nicht funktionieren. Oder Tee gibt es überall zu kaufen. Wie kann man denn auf die Idee kommen, noch auf eine andere Art und Weise Tee zu kaufen? Und in dieser Phase wird man ganz schnell verunsichert von den Menschen, die gerne möchten, dass man so weiterlebt, wie sie auch leben. Weil sie sich selbst nicht trauen, was Verrücktes auszuhäcken. Und in dieser Phase gilt es, so hat Napoleon Hillers beschrieben, Glauben zu entwickeln an sich selbst und an die Idee. Und dann sagt er, wie entwickelt man Glauben? Und dann sagt er, durch Beten. Ja, wenn wir beten, dann entwickelt sich daraus aus der Regelmäßigkeit ganz bestimmter Formulierungen, die wir immer wieder und immer wieder benutzen, ohne groß drüber nachzudenken, vor allem ohne kritisch drüber nachzudenken, entwickelt sich dann der Glaube. Und so sagt er, entwickelt sich auch ein Glaube an die eigene Idee, wenn das Ziel, was man verfolgt, klar formuliert ist, wenn man ein klares, bildhaftes Vorstellungsvermögen entwickelt, von dem, was man erreichen möchte und sich das dann regelmäßig vorstellt, ritualmäßig vorstellt, dass man das erreicht. Das hat jetzt nichts mit dem religiösen Beten zu tun, aber es ist der Vorgang der Autosuggestion. Man suggeriert sich einen Zustand ein, der jetzt noch nicht da ist, der aber da sein wird, wenn man lange genug daran für sich selbst arbeitet. Und wenn sie dann den Glauben haben, dass das Ganze was wird, in dem Moment kann dann Funke dann auch überspringen zu anderen. Das ist ja auch ein spannender Gesichtspunkt im letzten Gespräch gewesen. Andere Menschen müssen sich ja überzeugen können von der Idee. Und das funktioniert erst, wenn sie selber dran glauben können. Und manche haben diesen Glauben am Anfang schon sehr stark, aber bei den meisten Projekten und Ideen wird er durch die Umwelt, durch die Umgebung erst mal wieder runtergefahren. Und dann hilft dieses sehr klare Vorstellungsbild von dem, was es mal sein wird und wie man selber damit umgeht, das hilft dann, diesen Glauben zu entwickeln. Das Wort Disziplin und sich Ziele setzen und mit Wille und Disziplin, die auch durchzuführen, höre ich bei Ihnen nicht. Sie glauben nicht an diese Disziplin, Selbstdisziplin und die Willenskraft oder sagen Sie, ich habe ein besseres Modell, ich arbeite lieber mit diesem Attraktor und Flow. Ja, also ich arbeite mit dem Begriff Wille und arbeite auch mit dem Begriff Disziplin, aber ich verknüpfe die nicht miteinander. Und das ist für mich nicht identisch und dasselbe. Wille ist notwendig, um durch die Phasen zu kommen, wo die Motivation nicht stark genug ist. Und Wille ist aber eher ein zartes Pflänzchen, das sich auch entwickeln muss. Und Wille ist die Steuerungskraft, die wir dann brauchen, wenn wir Rückschläge haben, wenn es schwieriger wird. Und Willen müssen wir pflegen, wie ein Bauer seine Pflanzen pflegt. Nicht versuchen, ihn schnell groß werden zu lassen, den Halm, indem man ihn aus der Erde rauszieht, sondern Wasser und Schützen vor Rehen, die das auffressen und aufpassen, dass genug Sonne draufkommt, sofern man Einfluss darauf hat. Und das Ganze hat auch ein Stückchen zu tun mit passieren lassen. Man kann das nicht alles steuern, man kann das nicht alles planen, man kann das nicht alles bestimmen. Es ist wie der Bauer im Grunde genommen, der alles tut, was er tun kann, aber dann auch darauf hofft, dass das Wetter stimmt, dass die Mitarbeiter rechtzeitig da sind, dass die Maschinen funktionieren bei der Ernte und so weiter. Da gehören dann einfach Faktoren immer auch dazu, auf die man selber keinen Einfluss hat. Und das muss man auch als Unternehmer wissen. Es ist nicht ein Klimauburgas, den man zusammenschraubt. Ich hoffe, dass ich es richtig hinkriege, ein Zitat von Goethe von Ihnen, das heißt so sinngemäß, nicht mehr Kraft, sondern mit weniger Kraft arbeiten. Ja, das wachsen lassen. Also sich selbst erlauben, dass das, was da gedeihen will, was da rauskommen will, dass das auch kommt. Und das hegen und pflegen. Aber nicht versuchen, mit Gewalt oder Kraft groß werden zu lassen. Also den richtigen Moment auch erwischen, den richtigen Moment eines Gesprächs abpassen, den richtigen Moment abpassen, wo man in der Stimmung ist, den Namen zu finden, wo man in der Stimmung ist, andere Menschen einzubeziehen. Das kann man nicht in jeder Stimmung machen. Manchmal muss man sechs Wochen oder drei Monate warten, bis der richtige Moment da ist, dass die eigene Verfassung und die Entwicklung des Projektes so weit ist, dass man es nach draußen tragen kann. Gehört also auch Geduld zu. Und insofern gehört auch Disziplin dazu, weil man sich selbst auch in eine gewisse Selbstdisziplin reinbringen muss, das zu lernen, was zu lernen ist, mit Fehlschlägen selber klarzukommen, die richtigen Freunde zu finden und die falschen zu vermeiden. Also das sind für mich alles Fragen von Disziplin auch, dass man eine gewisse Ordnung in seine eigenen Abläufe hineinbekommt. Das gehört dazu, aber nicht im Sinne von Kraft, sondern eher des freundlichen mit sich selbst Umgehens. Freundlich mit sich selbst Umgehen. Die Vorstellung ist ja, zum Unternehmerischen, zum Erfolg gehört sowas wie eine Talentgaben. Ich glaube, Michelangelo war das, der sagt, der Engel ist schon da, ich muss ihn ja nur aus dem Stein heraus, ich muss ja nur das wegnehmen, was ich nicht brauche, aber der Engel ist ja schon da. Nur hat nicht jeder von uns die Gabe, sich den Engel vorzustellen, schon gar nicht so einen, den der Michelangelo vor Augen hatte. Ist das etwas, was dann jenseits ist oder für den normalen Menschen oder ist das etwas, wo man sagt, der Michelangelo hatte dieses Talent, aber jeder hat irgendein Talent? Ja, jeder hat ein Talent, sogar mehrere. Es ist sogar eher die Ausnahme, dass ein Mensch so ein einseitiges Talent hat, wie, sagen wir mal, Horowitz, der Klavier gespielte, oder Picasso, der sein Leben lang gemalt hat. Die meisten Menschen haben eine Reihe von Talenten. Da hat die Gallup-Organisation die letzten 30 Jahre wirklich bahnbrechende Forschung geleistet, um herauszufinden, auch wie unterscheidet man Talente von Fähigkeiten, von dem, was man erlernen kann, und dem, was an Potenzial da ist. Und ich habe viele, viele Interviews geführt inzwischen mit Menschen über ihre Talente. Und das Erstaunliche ist, die Talente sind den meisten Menschen so vertraut, dass sie sie als Talente gar nicht wahrnehmen. Das ist nämlich ihre selbstverständliche Seinsweise und die denken meist auch, die anderen haben das auch alle und die sind sich gar nicht ihrer Besonderheit bewusst. Und ein Bereichsleiter bei einer großen bayerischen Automobilfirma, der seit 26 Jahren im Unternehmen ist und sich also Riesenverdienste da auch erworben hat. Ich hatte damals immer drei Gespräche gemacht mit den Mitarbeitern und als ich in das zweite Gespräch reingekommen bin, habe ich dann immer gefragt, wie ist es Ihnen denn nach dem ersten Gespräch gegangen, inhaltlich und emotional. Dann sagt er, Herr Huhn, ich war richtig bewegt. Ich bin 26 Jahre in diesem Unternehmen und Sie sind der Erste, der gekommen ist und mich nach meinen Talenten gefragt hat. Das wird einfach selbstverständlich hingenommen und dafür kriegt man sein Geld und die Firmen kümmern sich, wer weiß, wie darum, irgendwelche Schwächen und Minusecken bei Mitarbeitern für viel Geld auszugleichen, aber sie kümmern sich nicht so sehr darum, die Talente, die da sind, bewusst zu machen und zu fördern. Und ich habe jetzt, weiß nicht, so ungefähr 100 dieser Interviews in dieser Firma geführt und es war, kann man wirklich sagen, statistisch so, ich habe Sie vorher dann immer gefragt im ersten Gespräch, was sind Ihre Talente und habe ich immer die ersten fünf aufgeschrieben, die Sie nannten und dann konnten Sie so einen Test machen, bin kein Freund von Tests, aber von dem halte ich inzwischen sehr viel und beim zweiten Gespräch war es immer wieder so, dass Sie zwei, drei Talente vorher benannt hatten und zwei, drei Talente völlig überraschend auftauchten in dem Test, wo Sie sagten, ja, ich kann mich, das bin ich, aber das hätte ich nicht als Talent gesehen. Und wenn man an diesen Stellen arbeitet, also wenn man nur drei, vier solcher Talente für sich selbst entdeckt und das kann man auch machen, indem man sich selbst befragt, an welchen Stellen lerne ich leicht, macht mir das Spaß, Dinge mir anzueignen, an welchen Stellen erzähle ich mit Begeisterung über das, was ich tue oder wenn ich bestimmte Dinge nicht tun kann, weil ich verhindert bin, mal der Arm gebrochen, ich kann bestimmte Dinge Dinge nicht tun oder aus Zeitgründen, wenn mir dann substanziell was fehlt, wenn ich so ein Entbehrungsgefühl habe, deutet das auch auf den Talent hin. Also man muss nicht unbedingt den Test machen, obwohl er sehr nützlich ist. Man kann das auch bei sich selbst spüren, indem man auch da wieder genauer mal bei sich selbst hinguckt. Das machen wir halt dann in solchen Gesprächen. Und das Schönste ist immer, wenn Menschen das selber entdecken, wenn sie ihre Talente, wenn die ihnen klar werden, weil dann haben sie die Sicherheit, in diesem Bereich werde ich den Rest meines Lebens immer hinzulernen können. Wohingegen in dem Bereich, wo ich keine Talente habe, wo ich Fähigkeiten entwickeln werde, das Lernen immer außerordentlich aufwendig, ab dem 14. Lebensjahr außerordentlich aufwendig, verlustreich, langwierig und meistens nicht so erfolgreich ist. Aber im Talentbereich lernen wir den ganzen Rest unseres Lebens bis vor 90 Jahren als sind spielerisch. Jetzt würde ich noch ein bisschen genauer hinschauen wollen. Ihnen fällt es leicht, Talente zu erkennen. Wenn wir selber Self-Directed Learning auf die Aufgabe gestellt sind, unsere eigenen Talente zu entdecken, ich rede noch gar nicht mal von den anderen, die man dann als Chef eines Unternehmens vielleicht auch entdecken sollte. Fragen wir mal bei uns selber an, was kann ich machen, damit ich meine eigenen Talente besser erkenne? Das ist schon ein Stückchen Arbeit. Das sprengt vielleicht auch ein bisschen im Rahmen des Gesprächs. Aber es gibt und daraus hat sich die ganze Forschung von Gallup auch entwickelt. Es gibt ein Programm, mit dem man als die Apollo-Raketen nicht mehr hochgeschossen wurden, hat man ja 160.000, glaube ich, Ingenieure auf die Straße gesetzt. Und da hat dann die Regierung, die amerikanische Regierung zusammen mit der NASA und dem Verband der Ingenieure geguckt, wie können diese Menschen wieder neue Jobs finden. Und da hat man dann ein Programm gefunden, das an einer kleinen Gemeinde über viele Jahre schon durchgeführt wurde. Und das hat man dann umgesetzt auf diese Ingenieure. Und nach 14 Jahren, man hat eine Langzeitstudie gemacht, waren immer noch 84 Prozent beschäftigt und zwar in einer Tätigkeit, die bei den meisten ihnen mehr Spaß gemacht hatte als vorher im Apollo-Programm. Und dieses Programm fängt damit an, dass die Menschen eine Arbeitsautobiografie schreiben. Das heißt, dass sie mal zurückgehen bis in ihre Schulzeit. Was haben sie für Tätigkeiten gemacht? Und da werden nicht die Ergebnisse beschrieben, das kommt ja sonst in den Lebenslauf rein, sondern es wird die Art und Weise der Ausführung der Tätigkeit beschrieben. Bis ins letzte Detail. Also wenn ich in der Kneipe gejobbt habe, wie man die Bestellung entgegengenommen hat, wie man sie geordnet hat, wie man sie in der Küche abgegeben hat und so weiter. Wie man die Getränke verteilt hat, wie man abgerechnet hat. Und aus der Arbeitsautobiografie werden dann Cluster herausgezogen von Dingen, die immer wieder vorkommen und die einem leicht gefallen sind. Und Cluster von Dingen, die einem schwer gefallen sind, die man ja auch zwischendurch immer wieder gemacht hat. Und daraus kristallisieren sich dann die Talente aus. Das ist jetzt sehr kurz, also es ist schon etwas aufhineinander. Man braucht da ein bisschen Zeit zu. Aber es ist ein sehr präzises Verfahren, an seine Talente heranzukommen. Und das brauchen wir, wenn wir Self-Directed auf das Angenehme. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das hier zur Verfügung stellen, als Literatur oder als Kurs oder als Beispiel. Wunderbar. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Menge behandelt. Ja, wenn ich die Menschen auch noch neugierig mache, das steht auch alles in meinem Buch drin. Das heißt Selbstmotivation. Da kann man das auch alles noch mal ausführlicher nachlesen. Ich habe es nicht mal dabei, aber es ist leicht zu finden. Und ich habe sehr erfreuliche Flow-Erfahrungen, weil es heute Nacht in Amerika endlich gedruckt worden ist, nachdem ich zweieinhalb Wochen mit der Druckfirma Regenkämpfe gehabt habe. Und mit einem Vorwort von Schicksal. Mit einem Vorwort von Schicksal. Ja. Dr. Hund, ganz herzlichen Dank. Danke schön. Ja, schönen Dank, dass ich Sie hier habe. Applaus Applaus Applaus